Wiesen bei Gas Nach dem weißen Denkmal rechts abbiegen Den Teichwiesenbach queren Und schließlich beim Schild Glaslweg links einbiegen Der Straße nach Kotzendorf kurz folgen und gleich wieder verlasen Entlang des verschilften Zuflusses des Tobelbachs fahren Mit dem seiten Schildsòchen Beim Waldgebiet Nierertal kurz rechts und dann in den Wald fahren. Den linken Weg ins Waldgebiet Nierertal nehmen. Oh, da. Oh, da. Vielen Dank. Zwischen den Waldgebieten gibt es eine kurze Asphalteinlage. Mitten im Waldgebiet Rahnholz der schönen Vorstraße folgen. Zwischen den Waldgebieten. Mannhardsberger Wallfahrerweg. Mannhardsberger Wallfahrerweg. Beinkeller Kleinburgstall. Abzweigung zum Mannhardsberg. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Abfahrt vom Mannhardsberg. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Abzweigung zur Abfahrt nach Stiefen. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Kleinburgstall. Beinkeller Klein. Vielen Dank. An der Kirche Stiefel vorbei. An der Kirche Stiefel. Durch die hohle Gasse auf die Weinberge. An der Kirche Stiefel. Das Aussichtsbankerl auf die Weinberge. Durch die Marzig-Trail. An der Kirche Stiefel. 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 Es gibt hier mehrere Rastplätze mit einer wunderschönen Aussicht ins Kamptal. An der Kirche Stiefel. An der Kirche Stiefel. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kampdalrätweg ZDF, 2020 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 ZDF, 2020